Jetzt eine freundliche Übergabe der Palette, wenn Sie sagen, Eingekalack, Nachricht, ich hätte gerne, wir haben auch schon Eingekalack, wir zusammenarbeiten, das geht natürlich auch so, wie Sie das wollen, und das haben wir jetzt nicht nur aus Freundlichkeit gemacht mit der Palette zur Übergabe, sondern wir wollen hier auch noch was Besonderes zeigen, wenn Sie mal einen unebenen Untergrund haben, kommt bei Baustellen ja schon mal manchmal vor, oder? Jetzt sind unebenen, Sie haben wieder eine Rückkehr, per Steuerung die Palette gerade zu halten, in der Waage, auch da fliegt kein Steinrote, auch das eine Besonderheit von der Kaliforn-Maschine. Und wir können sehen, dass er die Palette horizontal ist, und wir können sehen, dass er die Palette horizontal ist. Wenn Sie die Aufmerksamkeit reden, dann reden wir über diesen Schwingarm, den Sie in drei Positionen seitlich 180 Grad quasi schwenken können, die dabei einen deutlich vergrößerten Arbeitsbereich gegenüber anderen Maschinen haben. Und dank an dem Schwingarm, der Operator ist able to perform tasks on both sides of the machine, easily, quickly, and efficiently. Der Arm, in dem Hydraulik und Elektrik schon mal perfekt geschützt untergebracht sind, es sorgt aber gleichzeitig auch für eine gute Übersicht bei diesen Baumaschinen des Fahrers, er sieht genau wie das Angebautgerät arbeitet und wo es arbeitet, auch das dient ja wieder zur Sicherheit Ihrer Arbeit und des Fahrers. Und jetzt sehen Sie, dass Sie, sogar mit einem vollendetigen Bucket, von einer Seite zu der anderen, dankens der Schwingarm, dankens der automatischen Rear-Axel-Lockung, es gibt keine Tippung und es ist eine komplette Sicherheit und Stabilität. Es gibt übrigens auch ein neues Modell, der AS-Bahn. ...